Der zweite Spieltag wartet und Felix Magath trifft am Samstag mal wieder auf einen Ex-Klub. Nein, nicht Stuttgart, Bremen, Nürnberg, Hamburg oder Schalke kommen nach Wolfsburg, sondern der große FC Bayern München. Und das passt Magath gar nicht. Das war mir dann nicht so recht, dass die letzte Woche gegen Gladbach zu Hause verloren haben. Wie es so schön heißt, ist die Mannschaft schon wieder unter Druck und dass die Mannschaft oder dass der FC Bayern die besten Einzelspieler der Liga in ihren Reihen hat, glaube ich, das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder. Aber genau wegen dieser Klasse kommt der Termin für sie doch ganz gut, Herr Magath. Gleich acht Stammspieler der Bayern mussten am Mittwoch gegen Brasilien ran. Wolfsburg stellte mit Kapitän Tresch nur einen Mann ab. Zumindest kräftemäßig sollten die Wölfe also im Vorteil sein. Ob das gegen Robben, Ribéry und Co. reicht, ist allerdings etwas anderes. Die Fans auf Schalke erwartet am Samstag schon das erste Kellerduell der Saison. Der Vorletzte aus Köln kommt zum ebenfalls Vorletzen nach Gelsenkirchen. Beide Klubs warten nach wie vor auf den ersten Punkt und das erste Tor der Spielzeit. Trotz dieser dramatischen Bilanz hat FC-Spieler Sascha Rieter noch einen Funken Hoffnung. Die Schalker haben das erste Spiel auch verloren und sie wollen mit Sicherheit zu Hause wieder Gutmachung. Aber wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben gut trainiert die Woche, haben einiges im taktischen Bereich gemacht und ich denke, dass wir uns besser präsentieren werden wie am letzten Samstag. Schalke möchte da auch ohne die verletzten Stars Jefferson Verfan und Jose Manuel Jurado dagegen halten. Auch Jermaine Jones wird nach seinem USA-Länderspieleinsatz geschont und fehlt. Auf der anderen Seite muss der FC ohne den gesperrten Milivoil Novakovic und den an einem Virus erkrankten Abwehrmann Kevin Pizzoni antreten. Und auch der talentierte neue Spielmacher bleibt in Köln im Container. In Dortmund kommt sowas gar nicht in die Tüte. Deutschlands neuer Medienliebling Mario Götze ist natürlich auch in Hoffenheim dabei. Gar keine Frage. Denn wo Götze ist, ist im Moment auch Erfolg. Letztes Beispiel, Mittwoch. Mit seiner Leistung gegen Brasilien verzauberte der 19-Jährige nicht nur die 11,5 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern in Deutschland, sondern auch Altmeister Magath. Der wurde selbstverständlich vor seinem Spiel gegen die Bayern auch zum Dortmunder Wunderknaben befragt. Ich bewerte den VfL Wolfsburg und die Spieler vom VfL Wolfsburg. Aber man kann natürlich, wie alle anderen auch, von einem Mario Götze natürlich nur schwärmen. Das ist ein Jahrhunderttalent. Gar keine Frage. Und jetzt die Kurznews. Neuer Torwart bei Bayer. Leverkusen möchte Werder Bremen wehtun. Und zwar mit neuem Torwart. René Adler ist verletzt, Fabian Giefer und David Jeldell patzten. Bis zum Jahresende lieh Bayer deshalb jetzt den 19-jährigen Bernd Leno vom VfB Stuttgart aus. Sollte auch er sich im Leverkusen-Tor die Hände verbrennen, könnte schon bald ein prominenter Fußballrentner einen Anruf bekommen. Kein Fußball nach Krawallen. Lehmanns Ex-Wahlheimat England befindet sich weiter im Ausnahmezustand. Nach den schweren Krawallen der letzten Tage fiel bereits das Länderspiel des Nationalteams gegen die Niederlande aus. Auch die Premier League ist jetzt betroffen. Die Auftaktpartie von Tottenham gegen Everton wurde abgesagt. Klinzi nicht ganz so wichtig. Ein ganz besonderes Spiel war das Debüt von Jürgen Klinsmann als US-Nationaltrainer. Aber nicht besonders genug. Der US-Sender ESPN startete die Übertragung des 1 zu 1 gegen Mexiko erst mit 21 Minuten Verspätung. Der Grund? Ein Baseballspiel zweier Schülermannschaften. So kann's laufen. Der Reiter der Woche. Einmal gar nicht laufen musste dagegen Patrick Ebert. Der Hertha-Spieler schwang sich unter der Woche aufs Pferd und spielte eine Runde Polo. Ich saß vorher noch nie auf einem großen Tier, nur auf einem Elefanten. Das war immer eine schöne Erfahrung. Auf dem Fußballplatz am Samstag gegen den HSV muss er sich dann aber wieder selbst bewegen. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020